Ja, hallo schon, guten Abend. Ich begrüße Sie noch mal in Rotterenzial an der Bar. Ich werde Ihnen noch ein Getränke, dieses Mal ein Aperol Sour präsentieren. Das besteht aus Aperol und diese Getränke kennen Sie schon bestimmt von Aperol Spritz. Das ist ein anderer angenehmer Getränke, was Sie zu Hause auch ausprobieren können oder in Bar auch bestellen können. Die Aperol ist ein sehr angenehmer Getränke, nicht große Alkoholungen, eine angenehme Runde Geschmack hat, auch etwas süße Bitternoten und fruchtige Noten auf den Gaumen. Diese Getränke werden wir zubereiten von Geroks. Was bedeutet das? Das werden wir auf Eiswürfe servieren. Wir müssen immer darauf achten, dass die Glasteile von der Schäke immer voll sein muss. Dadurch wird die Getränke nicht so verwässert, sondern ganz schön gekühlt. Und das ist unsere wichtige Rolle. So, benüssen wir also Aperol. Ungefähr 5 Zierl. Nehmen wir dazu, selbstverständlich, Zitronensaft, frisch gepresst. 2-3 Zierl. Etwas Orangensaft. Etwas Orangensaft. Circa 2cl. Und dadurch die Aperol hat eine süße Note, ganz wenig Zucker dazu. Dann werden wir kräftig schüttern. Die erste Troppe gehört immer zu dem Ballkeeper. Dadurch ihr kann kontrollieren, ob er richtig gemacht hat. Oder nicht. Hat eine ganz schöne Orangefarbe. Die können wir gleich dekorieren. Die passende Garnetour. Orange, Zitrone und Cocktailkirsch. Können wir dazu noch an Schluss Soda geben. Aber die Art, da muss nicht sein. Ist nicht so stark in der Klinke. Bitteschön. Probieren Sie es zu Hause auch aus. Jmer, Jmer. Jmer. Dr. Lam Special.